hallo liebe freunde der astrologie heute sind mal alle sternzeichen zusammen in einem video zu finden ihr könnt mir dann gerne unten in die kommentare rein schreiben ob ihr es so besser findet oder ob ihr lieber zu jedem zeichen ein einzelnes video haben möchtet also der monat dezember wird nicht so turbulent wie die letzten monate das ist ja auch gut so wir können uns nun ein bisschen ausruhen und die vorweihnachtszeit genießen seid am besten mit euren liebsten zusammen und verwöhnt euch gegenseitig ein bisschen und wie immer weise ich darauf hin dass diese deutung eher auf den ascendenten zutrifft als auf das sonnenzeichen deshalb schlage ich wieder vor dass du dir einfach am besten beide zeichen anschaust hallo liebe witter geborenen der monat dezember bringt veränderungen im bereich deine berufung deiner gesellschaftlichen stellung und deines schicksals weges zuerst einmal schauen wir uns aber die sonne an die im schützen steht bis zum 22 dezember und das alles in deinem neunten haus da geht es um sinnsuche um reisen und um weltanschauungen und diese stellung bringt dir auch viel selbstvertrauen ein du solltest jetzt auf jeden fall deinen horizont erweitern und das tust du am besten durch reisen in andere länder auch die beschäftigung mit philosophie ethik und religion können dir bei der sinnsuche helfen auf jeden fall hast du in diesem monat die möglichkeit einen neuen lebenssinn zu finden vielleicht unternimmst du eine reise auf der dir menschen begegnen die dir ganz neue erfahrungen bescheren oder du findest einen spirituellen lehrer der genau das vermittelt was du schon immer gesucht hast lass dich da einfach überraschen und du hast jetzt auch die möglichkeit was ganz neues zu lernen vielleicht aber auch noch mal ein studium aufzunehmen oder einfach kurse zu besuchen die zu geistigen wachstum beitragen ja das war erstmal die sonne und dann kommen wir gleich zum vollmond am 8 12 im zwilling zusammen mit mars in deinem dritten haus dieser vollmond möchte etwas ans licht bringen es geht um dein denken deine kommunikation geschwister und auch kurze reisen das sind hier die themen denn verstand ist nun sehr aktiv und es fällt dir leicht neues wissen aufzunehmen und es ist eine gute zeit auch wieder um einen kurs oder workshop zu besuchen um deinen wissenslos zu stöhnen allerdings kann es auch passieren dass dein verstand überaktiv ist du solltest deinen fokus nur auf das legen was wirklich wichtig ist was du wirklich lernen möchtest es ist auch wichtig dass du besser zuhörst und zwischen den zeilen liest eine kurzreise würde dir auch neuen schwung bringen denn dort kannst du auch viel wissen aufnehmen wenn du mit anderen menschen dort in kontakt tritt passt aber auf dass du nicht zu impulsiv bist denn mit mars in konjunktion zum vollmond neigst du zu unüberlegten handlungen und auch worten aber du hast jetzt auch mit dieser mars energie die macht andere menschen zum handeln zu bewegen nutze diese energie um andere menschen zu motivieren ja dann wechselt merkur am 7 12 in den steinbock in dein zehntes haus und gesellt sich zu pluto und auf venus wechselt am 10 12 in den steinbock in dein zehntes haus hier geht es um die themen beruf und berufung deine gesellschaftliche stellung und auch dein schicksal pluto fragt hier wie kann ich eine tiefere bedeutung in meinen beruf bringen wie kommuniziere ich auf arbeit die aufforderung ist eine message in die welt zu bringen mit merkur wirst du wahrscheinlich wichtige entscheidungen treffen müssen dies kann dann deine arbeit betreffen deine selbständigkeit aber auch im bereich heirat oder scheidung kann es zu wichtigen entscheidungen kommen beruflich könntest du jetzt zum beispiel befördert werden oder wenn du selbstständig bist wirst du nun anerkennung erhalten und deinem lebensziel ein stückchen mehr kommen ja das war erstmal der vollmond und dann wechselt die sonne auch in dein zehntes haus und zwar am 22 12 das heißt ab dann suchst du bestätigung die du dann auch bekommst wenn viel geleistet hast beruflich könntest du jetzt zum beispiel zu einer autorität heranwachsen wenn du gute arbeit geleistet hast wirst du dies als belohnung erhalten und am nächsten tag am 21 12 geht jupiter wieder in den widder in dein erstes haus und bleibt dort bis mai 2023 und ein feuerplanet im feuerzeichen bringt viel optimismus und tatkraft denn selbstvertrauen wird steigen du kannst jetzt projekte starten die dir vorher vielleicht zu groß erschienen du bist jetzt offen für neues und kannst dich auch schnell begeistern dein optimismus ist grenzenlos aber pass auf dass du nicht übertreibst denn dazu neigt jupiter manchmal und am 23 12 ist dann auch schon neumond im steinburg und auch in deinem zehnten haus dein zehntes haus ist nun voll besetzt mit dem planeten merkur venus pluto sonne plus dem neumond am 23 dezember und ein neumond steht ja immer für einen neubeginn und du hast jetzt ambitionen deinem lebensziel ein stückchen näher zu kommen und du setzt alle hebel in bewegung um deine träume zu manifestieren der neumond wird dir den impuls geben den du brauchst um neues im beruflichen bereich zu wagen alles ist jetzt möglich mit so vielen planeten im zehnten haus ja und dann ist auch schon wieder weihnachten am heiligen abend und am ersten weihnachtsfeiertag haben wir einen steinbock mond damit wird es ein bodenständiges fest wo man füreinander verantwortung übernimmt genießt die zeit mit deinen liebsten ja und dann am 29 12 geht merkur merkur wird rückläufig er geht nicht irgendwohin er bleibt im zeichen aber er wird rückläufig bis zum 19 januar in dieser zeit solltest du deine aufmerksamkeit nach innen richten du denkst jetzt vielleicht mehr über die vergangenheit nach und lässt noch einmal alles was letztes jahr wichtig war revue passieren wenn möglich schließe in dieser zeit keine verträge ab denn die kommunikation fließt nicht so gut und es können dann fehler bei vertragsabschluss passieren warte auch mit wichtigen entscheidungen bis ende januar ja das war's das war deine vorschau für den monat dezember mit so vielen planeten im zehnten haus hast du jetzt die möglichkeit deinem leben eine neue richtung zu geben alles gute dir lieber bitter ich wünsche dir eine wunderbare weihnachtszeit alles liebe nochmal hallo liebe stiergeborenen der monat dezember bringt veränderungen bei dir im bereich der sinnsuche religion ethik reisen und weltanschauungen aber erst einmal ist die sonne bis zum 22 dezember in deinem achten haus im schützen dies kann für dich bedeuten dass du eine wandlung in diesen monat durchmachst alles was tiefgreifend ist kann zu dieser wandlung führen zum beispiel eine trennung der wechsel des arbeitsplatzes die geburt eines kindes oder auch eine begegnung mit einem sehr charismatischen menschen auch kann es zu macht kämpfen kommen wo es meistens um geld geht oder auch um sexualität finde heraus ob du vielleicht manipuliert wirst oder ob du sogar der manipulator bist denke daran wahre macht erlangt man nur durch eine friedliche lösung oder wenn man sich aus dem kampf zurückzieht dann haben wir schon am 8 dezember einen vollmond im zwilling und das zusammen mit mars in deinem zweiten haus dieser mond möchte etwas im bereich der finanzen und werte ans licht bringen halte ausschau nach neuen möglichkeiten geld zu verdienen verändere deine einstellung zum geld wie auch immer das aussehen mag und frage dich wie du deine talente einsetzen kannst um deinen eigenen wert zu erkennen und dich dafür auch belohnen zu lassen pass aber auf dass du nicht zu impulsiv bist denn mit mars in konjunktionen zum vollmond neigst du zu unüberlegten handlungen oder auch zu unüberlegten worten aber du hast auch jetzt die macht mit dieser mars energie dich aktiv dafür einzusetzen was dir wertvoll ist am 7 dezember wechselt merko in den steinbock in dein neuntes haus in konjunktion zu pluto und auch venus wechselt am 10 dezember in steinbock in das neunte haus pluto fragt wie kann ich eine tiefere bedeutung und sinn in mein leben bringen diese stellungen von merko und venus bringen dir viel selbstvertrauen du solltest jetzt deinen horizont erweitern und das tust du am besten durch reisen in andere länder aber auch die beschäftigung mit philosophie ethik und religion können dir dann bei der sinnsuche helfen und auch hast du jetzt die möglichkeit was neues zu lernen vielleicht noch mal ein studium aufzunehmen oder einfach kurse zu besuchen die zu geistigem wachstum beitragen und falls du darüber nachdenkst ein buch zu schreiben dann ist jetzt der zeitpunkt dafür da und auch wenn du schon ein buch geschrieben hast könntest du es jetzt dem verlag vorlegen der zeitpunkt dafür ist jedenfalls sehr günstig dann geht die sonne am 22 dezember in den steinbock in dein neuntes haus damit hast du nun die möglichkeit einen neuen lebenssinn zu finden auch hier kannst du wieder eine reise unternehmen und dort viele erfahrungen mit neuen menschen machen oder du findest auch einen spirituellen lehrer der genau das vermittelt was du schon immer gesucht hast lass dich hier einfach überraschen am 21 dezember geht jupiter wieder in den widder und das dann in den geschieht dann in deinem zwölften haus jupiter bleibt dort bis mai 2023 und ein feuerplanet in einem feuerzeichen bringt immer viel optimismus und tatkraft im zwölften haus geht es bei dir um spiritualität das unbewusste deine träume und im rückzug du kannst in diesem monat spirituell wachsen dich mit dem unbewussten auseinandersetzen und in der stille zu vielen erkenntnissen kommen und dann am 23 dezember haben wir schon einen neumond im steinbock in deinem neunten haus nun ist dein neuntes haus wirklich voll besetzt mit dem planeten merkur venus pluto sonne plus diesen neumond am 23 dezember und ein neumond steht ja immer für einen neubeginn in diesen tagen hast du die möglichkeit einen neuen lebenssinn zu finden und zu neuen einsichten zu gelangen alles ist möglich mit so vielen planeten im neunten haus und dann haben wir auch schon weihnachten am heiligen abend und am ersten weihnachtsfeiertag haben wir einen steinbock mond damit wird es ein bodenständiges fest wo man füreinander verantwortung übernimmt genießt die zeit mit deinen lieben und dann am 29 zwölften wird merkur rückläufig und zwar bis zum 19 januar in dieser zeit richtet sich deine aufmerksamkeit eher nach innen du denkst viel über die vergangenheit nach und lässt noch einmal alles was dir im letzten jahr wichtig war revue passieren wenn möglich schließe in dieser zeit keine neuen verträge ab denn die kommunikation fließt nicht so gut und das können fehler beim vertragsabschluss passieren warte auch mit wichtigen entscheidungen bis ende januar ja das war deine vorschau deine vorschau für den monat dezember mit so vielen planeten im neunten haus hast du jetzt die möglichkeit deinem leben einen neuen sinn zu geben alles gute dir lieber stihr ich wünsche dir eine wunderbare weihnachtszeit alles liebe noch mal hallo ihr lieben zwillinge der monat dezember bringt veränderungen für euch im bereich macht psychologie transformation und auch geld ist hier ein thema aber erstmal ist die sonne bis zum 22 dezember in haus 7 in schütze bei dir die schwerpunkte sind hier partnerschaft und allgemein deine beziehungen projekte die du mit anderen menschen teils können nun zu einem guten abschluss gelangen du bist jetzt auch eher bereit kompromisse einzugehen das gilt auch für deine partnerschaft wenn du denn gerade in einer beziehung bist durch kompromissbereitschaft können nun viele probleme gelöst werden du kannst dich jetzt besser und sensibler in deinen partner hineinversetzen und eure verbundenheit wird dadurch sehr vertieft wichtig ist auch einen guten ausgleich im geben und nehmen zu finden wenn einer mehr gibt oder einer mehr nimmt ist keine balance mehr in der beziehung und die gefahr besteht dass dann einer von beiden geht dann haben wir am 8 dezember den vollmond in zwillinge und zusammen mit mars passiert das in deinem ersten haus dieser vollmond möchte deine selbst entfaltung ans licht bringen du hast jetzt das nötige selbstvertrauen dich zu zeigen und ganz neue wege zu gehen du bist du noch sehr beliebt und kannst jetzt so manches wagen was du dir vorher nicht zugetraut hast zeige dich und setze durch was du dir vorgenommen hast pass aber auf dass du nicht zu impulsiv bist denn mit mars in konjunktion zum vollmond neigst du zu unüberlegten handlungen oder auch zu unüberlegten worten aber du hast auch mit der mars energie die macht deine stärken zu entwickeln die schon lange in dir schlummern dann kommen wir zu merko und venus merko wechselt am 7 dezember in steinburg ins achte haus bei dir und venus wechselt am 10 dezember auch ins achte haus in steinburg und alles zusammen mit pluto pluto fragt hier wie kann ich eine tiefere bedeutung in mein leben bringen und eine transformation einleiten das kann für dich bedeuten dass du eine gedankliche wandlung in diesem monat durchmachst vielleicht denkst du über eine frühere trennung nach die die dir wirklich zugesetzt hat oder der wechsel des arbeitsplatzes steht bevor und du musst dich nun entscheiden wo es hingeht alles was tiefgreifend ist kann zu einer transformation führen mit venus könnt ihr hier ein sehr charismatischer mensch begegnen und auch kann es zu macht kämpfen kommen wo es meistens um geld geht oder auch um sexualität finde heraus ob du vielleicht manipuliert wirst oder ob du sogar der manipulator bist denke daran wahre macht erlangt man nur durch eine friedliche lösung oder wenn man sich aus dem kampf zurückzieht ja dann wechselt die sonne in den steinburg am 22 dezember und dann geht die sonne in den achtes haus alles was in die tiefe geht kann dich jetzt zum wandel bewegen die beschäftigung mit psychologie könnte dir dabei helfen macht und ohnmacht sind auch themen mit denen du dich mit denen du dich jetzt auseinandersetzen könntest und dann am 21 dezember geht jupiter wieder in den widder und das passiert bei dir im elften haus und jupiter bleibt bis zum mai 2023 dort dies ist eine wunderbare stellung um deine freundschaften wachsen zu lassen du kannst nun mit deinen besten freunden pläne für die zukunft schmieden und eure freundschaften werden vertieft auch ist es eine gute stellung um sich gruppen anzuschließen gruppen die die gleichen weltanschauungen und wertevorstellungen haben wie du am 23 dezember haben wir dann den neumund im steinburg und auch in deinem achten haus denn achtes haus ist nun voll gesetzt mit dem planeten merkur venus pluto sonne plus dem neumund am 23 dezember ein neumund steht immer für einen neubeginn und bei dir geht es im achten haus darum um die tiefe alles was in die tiefe geht ist nun sehr interessant für dich du willst bis an die wurzel kommen es ist zeit diese dinge auszugraben und dann loszulassen es könnte auch eine krise hervorrufen aber sei gewiss dass du nach der krise wie phönix aus der asche aufsteigen wirst eine große transformation ist möglich mit so vielen planeten im achten haus ja und dann ist auch schon weihnachten am heiligen abend und am ersten weihnachtsfeiertag haben wir einen steinbock mond damit wird es ein bodenständiges fest wo man füreinander verantwortung übernimmt genieß deine zeit mit deinen lieben genieße einfach die schöne weihnachtszeit am 29 dezember wird merkur noch rückläufig und zwar bis zum 19 januar in dieser zeit richtet sich deine aufmerksamkeit eher nach innen du denkst viel über die vergangenheit nach und lässt noch einmal alles was dir im letzten ja wichtig war revue passieren wenn möglich schließe in dieser zeit keine verträge ab denn die kommunikation fließt nicht so gut und es können fehler bei vertragsabschlüssen passieren warte auch mit wichtigen entscheidungen bis ende januar so das war deine vorschau für den monat dezember mit so vielen planeten im achten haus hast du jetzt die möglichkeit deinem leben einen kompletten wandel zu bescheren alles gute dir lieber zwilling ich wünsche dir eine wunderbare weihnachtszeit alles liebe noch mal hallo ihr lieben krebse der monat dezember bringt veränderungen im bereich partnerschaft allgemeinbeziehungen die bindungsfähigkeit und es geht um erfahrung die du mit anderen menschen machst aber erst einmal schauen wir uns die sonne an die bis zum 22 dezember im schützen ist in deinem sechsten haus die schwerpunkte sind hier arbeit alltag kollegen und auch deine gesundheit um dein leben einfacher und besser zu machen lernst du jetzt effizient neue abläufe in den alltag und auf arbeit einzuführen oder neu zu organisieren auch kann es in deinem arbeitsverhältnis zu veränderungen kommen du solltest jetzt auf jeden fall bereit für verbesserungen sein denn es könnte eine beförderung oder auch gehaltserhöhung auf dich warten es fällt dir jetzt auch leicht gute entscheidungen zu treffen die sehr wichtig für den arbeitsalltag sein werden und auch im gesundheitlichen bereich kannst du jetzt die verbindung zwischen körper geist und seele stärken dies wird dir dann auch wieder wertvolle informationen über die themen ernährung bewegung und deine täglichen gewohnheiten liefern dann haben wir am 8 dezember vollmond im zwilling und das zusammen mit mars in deinem zwölften haus der vollmond möchte deine spiritualität ans licht bringen und hier geht es darum dich zurückzuziehen um deine gefühle spüren zu können denn in der einsamkeit findest du in der vollmond zeit zu deinen tiefsten empfindungen du könntest zum beispiel meditieren oder dich einfach gut um dich selbst kümmern wichtig ist dass du dich von den vielen eindrücken der außenwelt frei machst denn diese irritieren dich im moment zu sehr genieße ruhige momente zu hause mit der familie oder auch allein in der stille es wird dir auf jeden fall helfen dich zu entspannen und dich auch einen schritt weiter in richtung erleuchtung zu bringen pass aber auf dass du nicht zu impulsiv bist denn mit mars in konjunktion zum vollmond neigst du zu unüberlegten handlungen und auch zu unüberlegten worten aber du hast auch mit der mars energie die macht dich mit deinem unterbewusstsein zu verbinden und so zu tiefen einsichten zu gekommen zu gelangen ja dann wechselt merkur am 7 dezember in steinburg in dein siebtes haus und auch die venus wechselt am 10 dezember in den steinburg in dein siebtes haus zusammen mit pluto und pluto fragt wie kann ich eine tiefere bedeutung in meine beziehungen bringen projekte die du mit anderen menschen teilst können nun zu einem guten abschluss gelangen du bist jetzt auch eher bereit kompromisse einzugehen das gilt auch für deine partnerschaft natürlich wenn du denn gerade in einer beziehung bist durch kompromissbereitschaft eins zu nun viele probleme lösen und aus dem weg räumen du kannst dich jetzt auch besser und sensibler in deinen partner hinein versetzen und eure verbundenheit wird dadurch vertieft wenn es in einer partnerschaft schon länger nicht so gut läuft wäre es ein guter zeitpunkt um eine beratung aufzusuchen und es ist auch eine gute zeit sich mit anderen auszutauschen und so zu neuen einsichten zu gelangen und dann wechselt auch noch die sonne in den steinburg am 22 dezember und geht auch in dein siebtes haus wichtig ist auch einen guten ausgleich im geben und nehmen zu finden denn wenn einer mehr gibt und einer mehr nimmt ist keine balance mehr in der beziehung und die gefahr besteht dass einer von beiden irgendwann geht am 21 dezember geht auch jupiter in den widder in ein zehntes haus und bleibt bis zum mai dort ein feuerplanet im feuerzeichen bringt viel optimismus und tatkraft dies ist eine fabelhafte stellung um deinem lebensziel ein stück näher zu kommen das glück ist nun auf deiner seite und du hast das vertrauen dass du brauchst um den nächsten schritt zu wagen wo auch immer du hin möchtest und dann haben wir noch am 23 dezember auch schon neumond im steinburg alles auch im siebten haus denn siebtes haus ist nun wirklich voll besetzt und zwar mit dem planeten merkur venus pluto die sonne plus diesen neumond am 23 dezember und ein neumond steht ja immer für einen neubeginn und im siebten haus steht bei dir alles auf neustart in deinen beziehungen ob du in einer partnerschaft bist oder nicht deine beziehungen werden nun eine wandlung erfahren frage dich ob ihr gleichberechtigt seid oder ob einer von euch sich mehr einbringt und sich um alles kümmert dies sollte nun diskutiert werden denn dann wird es auch zur veränderung kommen alles ist möglich mit so vielen planeten im siebten haus ja und dann ist auch schon weihnachten am heiligen abend und am ersten weihnachtsfeiertag haben wir einen steinbock mond damit wird es ein bodenständiges fest wo man füreinander verantwortung übernimmt genießt einfach die schöne zeit mit euren lieben und am 29 dezember wird merkur auch noch rückläufig bis zum 19 januar in dieser zeit richtet sich deine aufmerksamkeit eher nach innen du denkst viel über die vergangenheit nach und lässt noch einmal alles was dir im letzten jahr wichtig war revue passieren wenn möglich schließe in dieser zeit keine neuen verträge ab denn die kommunikation fließt nicht so gut und es können fehler bei vertragsabschlüssen passieren warte auch mit wichtigen entscheidungen bis am besten bis ende januar ja das war's das war deine vorschau für den monat dezember mit so vielen planeten im siebten haus hast du jetzt die möglichkeit deinem leben eine neue richtung im bereich beziehungen zu geben alles gute dir lieber krebs ich wünsche dir eine wunderbare weihnachtszeit alles liebe noch mal hallo ihr lieben löwen der monat dezember bringt veränderungen im bereich arbeit alltag und gesundheit bei dir aber erst mal ist die sonne bis zum 22 dezember in schützen in deinem fünften haus die schwerpunkte sind hier denn selbst ausdruck kreativität romanzen und kinder du bist jetzt in der lage dein wahres wesen zu zeigen und auszudrücken dies ist eine wunderbare zeit zur persönlichkeit entwicklung dies kannst du hervorragend durch kreativen ausdruck oder auch durch künstlerische tätigkeiten fördern das fünfte haus ist aber auch das haus der romantik und somit kann es hier zu affären oder einem abenteuerlichen sexualleben kommen was auch immer passiert es wird auf jeden fall viel spaß machen und dich in deinem selbstwert stärken zu guter letzt wird dieses haus auch mit kindern in verbindung gebracht es ist möglich dass nun ein neues familienmitglied in dein leben kommt oder aber dass deine kinder in diesem monat besonders viel aufmerksamkeit einfordern dann haben wir am 8 dezember vollmond im zwillinge zusammen mit mars in deinem elften haus dieser vollmond möchte deine individualität ans licht bringen hier geht es um freiheit und unabhängigkeit außerdem sind auch freundschaften jetzt sehr wichtig wenn du einen traum oder ein ziel hast ob das so hinarbeitest wirst du nun ein großes stück weiter kommen es ist möglich dass der gute freunde hilfestellung geben du kannst jetzt auch sie bauen und dein projekt in richtung zukunft lenken pass aber auf dass du nicht zu impulsiv bist denn mit mars in konjunktion zum vollmond neigst du zu unüberlegten handlungen und auch zu unüberlegten worten aber du hast auch mit der mars energie die macht dich in gruppen zu engagieren und freundschaften zu vertiefen merkur wechselt am 7 dezember in den steinburg in dein sechstes haus und auch venus wechselt am 10 dezember in steinburg in dein sechstes haus und gesellen sich dort zu pluto pluto fragt wie kann ich eine tiefere bedeutung in meinen alltag bringen es fällt dir jetzt leichter entscheidungen zu treffen die sehr wichtig für der für deinen arbeitsalltag sein werden und venus hilft dir hier im gesundheitlichen bereich die verbindung zwischen körper geist und seele zu stärken dies wird dir dann wertvolle informationen über die themen ernährung bewegung und deinen täglichen gewohnheiten liefern dann wechselt die sonne in den steinburg und zwar am 22 dezember und das passiert bei dir auch im sechsten haus um dein leben einfacher und besser zu machen lernst du jetzt effizient neue abläufe in den alltag und auf arbeit einzuführen oder neu zu organisieren auch kann es in die in deinem arbeitsverhältnis zu veränderungen kommen auf jeden fall solltest du jetzt bereit für verbesserungen sein denn es könnte eine beförderung oder sogar eine gehaltserhöhung auf dich warten und am 21 dezember geht jupiter wieder in den widder in dein neuntes haus und bleibt dort bis zum mai ein feuerplanet im feuerzeichen bringt immer viel optimismus und tatkraft und diese stellung bringt dir viel selbstvertrauen denn jupiter ist der herrscher des neunten hauses du solltest jetzt den horizont erweitern und das tust du am besten durch reisen in andere länder auch die beschäftigung mit philosophie ethik und religion können dir bei der sinnsuche helfen und dann am 23 dezember haben wir neumund im steinbock und auch in deinem sechsten haus dein sechstes haus ist nun voll besetzt mit dem planeten merkur venus pluto sonne plus dem neumund am 23 dezember und ein neumund steht immer für einen neubeginn du könntest jetzt deinen arbeitsalltag umgestalten oder sogar nach einer gehaltserhöhung fragen die chancen stehen gut dass du dabei erfolgreich bist im bereich deiner gesundheit könntest du nun eine umstellung der ernährung in angriff nehmen oder dich einfach mal im wellness hotel verwöhnen lassen und auch deine emotionale gesundheit ist wichtig alles ist möglich mit so vielen planeten im sechsten haus ja und dann ist ja auch schon weihnachten am heiligen abend und am ersten weihnachtsfeiertag haben wir einen steinbock mond damit wird es ein bodenständiges fest wo man füreinander verantwortung übernimmt genießt die zeit mit euren lieben einfach und am 29 dezember wird merkur noch rückläufig und bleibt es bis zum 19 januar in dieser zeit richtet sich deine aufmerksamkeit eher nach innen du denkst vielleicht viel über die vergangenheit nach und lässt noch einmal alles was dir im letzten jahr wichtig war revue passieren wenn möglich schließe in dieser zeit keine neuen verträge ab denn die kommunikation fließt nicht so gut und es können fehler bei vertragsabschlüssen passieren und am besten wartest du auch mit wichtigen entscheidungen bis ende januar ja das war's das war deine vorschau für den monat dezember mit so vielen planeten im sechsten haus hast du jetzt die möglichkeit deinem leben eine neue richtung im bereich arbeit und gesundheit zu geben alles gute dir lieber löwe ich wünsche dir eine wunderbare weihnachtszeit alles liebe noch mal hallo ihr lieben jungfrauen der monat dezember bringt veränderungen im bereich selbst ausdruck kreativität romanzen und kinder aber erst einmal schauen wir auf die sonne die ist bis zum 22 dezember in deinem vierten haus und natürlich im schützen der bereich familie dein zuhause deine wurzeln und deine seele sind nun angesprochen es ist möglich dass du dein zuhause umgestaltest so dass du dich dort heimischer fühlst auch könntest du darüber nachdenken umzuziehen aber wahrscheinlicher ist es doch dass du deine jetzige wohnung renovierst du möchtest nun mehr denn je dein seelisches zuhause finden du bist nun auch auf alles fokussiert was mit der familie zu tun hat die beziehungen zu familien angehörigen werden nun neu bewertet dabei kann es natürlich auch zu meinungsverschiedenheiten kommen zum beispiel darüber wer welche aufgaben im haushalt übernimmt kooperation ist hier von beiden seiten empfehlenswert um dann zu einem harmonischen miteinander zu kommen am 8 dezember ist vollmond im zwilling zusammen mit mars in deinem zehnten haus dieser vollmond möchte etwas ans licht bringen etwas was dich deinem lebensziel näher bringt die themen beruf und berufung deine gesellschaftliche stellung und auch dein schicksal sind hier betroffen du hast jetzt mehr ambitionen deinem lebensziel ein stückchen näher zu kommen und setzt alle hebel in bewegung um deine träume zu manifestieren es kann sein dass du darüber nachdenkst deine arbeitsstelle zu wechseln der vollmond wird dir den impuls geben den du brauchst vielleicht wechselst du auch einfach nur die abteilung oder bekommst eine neue aufgabe die dir ein höheres gehalt beschert alles ist möglich pass aber auf dass du nicht zu impulsiv bist denn mit mars in konjunktion zum vollmond neigst du zu unüberlegten handlungen oder worten aber du hast auch mit dieser mars energie die macht dein eigenes schicksal zu bestimmen und dadurch eine autorität zu werden dann wechselt merkur am 7 dezember in den steinbock und das passiert bei dir im fünften haus und auch venus wechselt am 10 dezember in dein fünftes haus und pluto wartet dort schon blut fragt nämlich wie kann ich eine tiefere bedeutung in meinen selbst ausdruck bringen du hast jetzt die fähigkeit deine kreativität zu stärken schmiede pläne für neue hobbys das wird dir dann große freude und spaß bringen und im haus der romantik kann es hier auch zu affären und einem abenteuerlichen sexualleben kommen wenn du dich darauf einlässt wird es auf jeden fall spaß machen und dich in deinem selbstwert stärken dann wechselt die sonne in den steinbock und zwar am 22 dezember und auch in dein fünftes haus du bist jetzt in der lage dein wahres wesen zu zeigen und auszudrücken dies ist eine wunderbare zeit zur persönlichkeitsentwicklung dies kannst du hervorragend durch kreativen ausdruck oder durch künstlerische tätigkeiten fördern und dann am 21 dezember geht jupiter wieder in den widder in dein achtes haus und bleibt bis zum mai 2023 dort ein feuerplanet im feuerzeichen bringt immer viel optimismus und tatkraft diese stellung bringt dir wachstum im bereich deiner psyche die beschäftigung mit der psychologie kann dich jetzt lebens hintergründe erforschen lassen auch können nun glückliche umstände zu finanziellen wachstum beitragen zum beispiel kann es eine rückzahlung vom finanzamt geben oder von anderen einrichtungen dann haben wir am 23 dezember neumund im steinbock und auch in deinem fünften haus denn fünftes haus ist nun voll besetzt mit dem planeten merkur venus pluto sonne plus dem neumund am 23 dezember ein neumund steht immer für einen neubeginn und es ist möglich dass deine kinder nun mehr emotionale aufmerksamkeit brauchen du wirst dies bemerken und kannst durch deine fürsorge eine tiefere bindung zu deinen kindern aufbauen auch kann dein selbstwert durch diesen neumund profitieren alles ist möglich mit so vielen planeten im fünften haus ja und dann ist auch schon weihnachten am heiligen abend und am ersten weihnachtsfeiertag haben wir einen steinbock mond damit wird es ein bodenständiges fest wo man füreinander verantwortung übernimmt genießt die zeit mit euren lieben und dann am 29 dezember wird merkur auch noch rückläufig und bleibt es bis zum 19 januar in dieser zeit richtet sich deine aufmerksamkeit eher nach innen du denkst viel über die vergangenheit nach und lässt noch einmal alles was dir im letzten ja wichtig war revue passieren wenn möglich schließe in dieser zeit keine neuen verträge ab denn die kommunikation fließt nicht so gut und es können fehler bei vertragsabschlüssen passieren und warte auch mit wichtigen entscheidungen am besten bis ende januar so das war deine vorschau für den monat dezember mit so vielen planeten im fünften haus hast du jetzt die möglichkeit deinem leben eine neue richtung im bereich selbstausdruck kreativität und kinder zu geben alles gute dir liebe jungfrau ich wünsche dir eine wunderbare weihnachtszeit alles liebe noch mal hallo ihr lieben wagen der monat dezember bringt veränderungen im bereich familie dein zuhause deine wurzeln und deine seele aber erst einmal ist die sonne bis zum 22 dezember im schützen in deinem dritten haus es geht hier um die bereiche denken neues wissen aneignen deine kommunikation und auch geschwister und co zu reisen dein verstand ist jetzt wahrscheinlich sehr aktiv und es fällt dir leicht neues wissen aufzunehmen es ist eine gute zeit um einen kurs oder workshop zu besuchen wo du deinen wissensdurst stillen kannst allerdings kann es auch passieren dass dein verstand überaktiv ist hier solltest du deinen fokus wirklich nur auf das legen was du lernen möchtest dies sollte etwas sein das dich erfüllt denn wenn du zu viele informationen aufnimmst kann dies zu mentalen schwierigkeiten führen auch eine kurzreise würde dir neuen schwung bringen und auch dort kannst du viel wissen aufnehmen und mit den menschen vor ort in kontakt treten dann haben wir am 8 dezember einen vollmond im zwilling zusammen mit mars in deinem neunten haus dieser vollmond möchte wachstum und sinnfindung fördern denn er aktiviert die themen der sinnfindung deine welt anschauen und die horizont erweiterung du hast in diesen tagen die möglichkeit einen neuen lebenssinn zu finden vielleicht unternimmst du eine reise auf der dir menschen begegnen die dir ganz neue erfahrungen bescheren oder du findest einen spirituellen lehrer der genau das vermittelt was du schon immer gesucht hast pass aber auf dass du nicht zu impulsiv bist denn mit mars in konjunktion zum vollmond neigst du zu unüberlegten handlungen oder auch zu unüberlegten worten aber du hast auch mit dieser mars energie die macht dich für wahrheit und gerechtigkeit einzusetzen nutze diese energie um deine eigene wahrheit zu finden merkur wechselt auch am 7 dezember in den steinburg in dein viertes haus und auf venus wechselt am 10 dezember in steinburg in dein viertes haus und dort wartet pluto schon und pluto fragt wie kann ich eine tiefere bedeutung in meine familie und mein zuhause bringen falls du dein zuhause umgestalten möchtest könntest du jetzt pläne zur renovierung schmieden außerdem kann es in dieser zeit zu auseinandersetzungen mit familien angehörigen kommen aber venus wird dir dabei helfen kompromisse einzugehen und ein liebevolles miteinander zu fördern dann wechselt die sonne auch in den steinburg und zwar in dein viertes haus am 22 dezember die beziehungen zu familien angehörigen werden nun neu bewertet dabei kann es natürlich wie schon gesagt zu meinungsverschiedenheiten kommen wichtig ist dass beide seiten kooperativ sind dann gelingt auch ein harmonisches miteinander und außerdem möchtest du nun mehr denn je dein seelisches zuhause finden und am 21 dezember geht jupiter wieder in den widder in dein siebtes haus und bleibt dort bis mai 2023 ein feuerplanet in feuerzeichen bringt immer viel optimismus und tatkraft du hast jetzt eine sehr positive und anziehende ausstrahlung wenn du in einer beziehung bist sollte es jetzt keine probleme geben und eure partnerschaft wird wachsen als single hast du jetzt die möglichkeit den traumpartner zu finden denn deine ausstrahlung ist einfach fabelhaft allerdings bist du jetzt auch sehr risikofreudig da solltest du einfach gut aufpassen dass du nicht übertreibst denn so manches kann dann auch mal nach hinten losgehen und dann am 23 dezember haben wir einen neumund im steinburg in deinem vierten haus dein viertes haus ist nun voll besetzt mit dem planeten merkur venus pluto sonne plus dem neumund am 23 dezember und ein neumund steht ja immer für einen neubeginn wie schon gesagt ist es ein guter zeitpunkt um dein zuhause zu renovieren oder einfach nur zu verschönern und auch um die familie geht es hier du könntest nun eine tiefe tiefere verbindung zu deinen liebsten aufbauen durch gemeinsame aktivitäten und ganz viel herzlichkeit und liebe wichtig ist dass deine seele sich zu hause fühlt egal wo du bist alles ist möglich mit so vielen planeten im vierten haus ja und dann ist ja auch schon weihnachten am heiligen abend und am ersten weihnachtsfeiertag haben wir einen steinbock mond damit wird es ein bodenständiges fest wo man füreinander verantwortung übernimmt genießt die zeit mit euren lieben und am 29 dezember wird merkur merkur auch noch rückläufig und bleibt es bis zum 19 januar in dieser zeit richtet sich deine aufmerksamkeit eher nach innen du denkst viel über die vergangenheit nach und lässt noch einmal alles was dir im letzten jahr wichtig war revue passieren wenn möglich schließe in dieser zeit keine neuen verträge ab denn die kommunikation fließt nicht so gut und es können fehler bei vertragsabschluss passieren und warte auch mit wichtigen entscheidungen bis ich würde sagen bis ende januar so das war's das war deine vorschau für den monat dezember mit so vielen planeten im vierten haus hast du jetzt die möglichkeit deinem leben eine neue richtung im bereich zu hause und familie zu geben alles gute dir liebe vage ich wünsche dir eine wunderbare weihnachtszeit alles liebe noch mal hallo ihr lieben skorpione der monat dezember bringt veränderungen im bereich kommunikation austausch lernen und denken erstmal aber ist die sonne bis zum 22 dezember im schützen in deinem zweiten haus das haus das zweite haus steht für den bereich der finanzen und werte es ist möglich dass du jetzt prioritäten setzt wie du dein geld verwaltest wo du investierst und wo du noch sparen könntest du strebt jetzt nach sicherheit und stabilität und trennst dich von unnötigen sachen außerdem kannst du jetzt einen starken selbstausdruck entwickeln indem du all deine gaben und talente in die sichtbarkeit bringst du erkennst deinen eigenen wert und wirst zu einer starken persönlichkeit dann am 8 dezember haben wir einen vollmond im zwilling zusammen mit mars und das alles in deinem achten haus dieser vollmond kann etwas ans licht bringen was du gerne weiter ignoriert hättest dabei kann es um finanzielle angelegenheiten gehen wie zb eine steuernachzahlung ein kredit oder eine investition die du lieber nicht gemacht hättest es muss aber nicht immer negativ behaftet sein es kann auch sein dass du geld vom finanzamt zurück bekommst oder die kreditrate sich verringert außerdem könntest du dich plötzlich für psychologie begeistern alles was in die tiefe geht wird nun interessant für dich pass aber auch dass du nicht so impulsiv bist denn mit mars in konjunktion zum vollmond neigst du zu unüberlegten handlungen und auch zu unüberlegten worten aber du hast auch mit der maßenergie die macht wichtige einsichten in deine psyche zu bekommen nutze diese energie für deine wandlungsfähigkeit merkur wechselt am 7 dezember in den steinbock in ein drittes haus und auch venus wechselt am 10 dezember in den steinbock in ein drittes haus und dort wartet der planet blute schon blute fragt wie kann ich eine tiefere bedeutung in den austausch mit anderen menschen bekommen am besten ist es wenn du nun etwas ganz neues lernst und damit deinen interessen nachgehst dieses wissen kannst du dann auch an andere weitergeben und dadurch viel befriedigung erfahren es ist eine gute zeit um einen kurs oder workshop zu besuchen um dort neue und herzliche kontakte zu knüpfen ja und dann wechselt die sonne auch schon in steinbock und zwar am 22 dezember und das geht das ist bei dir dann im dritten haus dort ist dein verstand jetzt sehr aktiv und es fällt dir leicht neues wissen aufzunehmen allerdings kann es auch passieren dass dein verstand überaktiv ist hier solltest du deinen fokus wirklich nur auf das legen was du lernen möchtest dies sollte etwas sein dass dich erfüllt denn wenn du zu viele informationen aufnimmst kann dies zu mentalen schwierigkeiten führen ja und am 21 dezember geht jupiter wieder in den widder und das passiert bei dir im sechsten haus er bleibt dort bis mai nächsten jahres und ein feuerplanet im feuerzeichen bringt immer viel optimismus und tatkraft mit dieser jupiterstellung solltest du eine gute gesundheit haben und auch an deinem arbeitsplatz ist es jetzt angenehm und freundlich möglich ist jetzt auch eine beförderung oder eine gehaltserhöhung es ist jedenfalls die perfekte zeit um danach zu fragen auch in deinem alltag fällt es dir jetzt leicht die dinge zu organisieren und dich sportlich und gesund zu betätigen und am 23 dezember haben wir auch schon einen neumund im steinbock und das auch in deinem dritten haus dein drittes haus ist nun wirklich voll besetzt mit dem planeten merkur venus pluto sonne plus dem neumund am 23 dezember ein neumund steht ja immer für einen neubeginn und im dritten haus steht bei dir alles auf neustart im bereich der kommunikation durch gespräche ist es jetzt möglich alte streitigkeiten aufzulösen du bist nunmehr bereit deine gefühle zum ausdruck zu bringen und hast auch ein größeres verständnis für die gefühle anderer alles ist möglich mit so vielen planeten im dritten haus ja und dann ist auch schon weihnachten und am heiligen abend und am ersten weihnachtsfeiertag haben wir einen steinbock mond damit wird es ein bodenständiges fest wo man füreinander verantwortung übernimmt genießt einfach die zeit mit euren lieben und zu guter letzt am 29 dezember wird merkur rückläufig und bleibt es noch bis zum 19 januar in dieser zeit richtet sich deine aufmerksamkeit eher nach innen du denkst viel über die vergangenheit nach und lässt noch einmal alles was dir im letzten jahr wichtig war revue passieren wenn möglich schließe in dieser zeit keine neuen verträge ab denn die kommunikation fließt nicht so gut und es können fehler bei vertragsabschlüssen passieren und warte auch mit wichtigen entscheidungen am besten bis ende januar ja das war's das war deine vorschau für den monat dezember mit so vielen planeten im dritten haus hast du jetzt die möglichkeit deinem leben eine neue richtung im bereich der kommunikation deinem denken und geschwistern zu geben alles gute dir lieber skorpion ich wünsche dir eine wunderbare weihnachtszeit alles liebe noch mal hallo ihr lieben schützen alles liebe zum geburtstag für euch der monat dezember bringt veränderungen im bereich der finanzen werte und talente bei dir aber erstmal schauen wir auf die sonne die bis zum 22 dezember im schützen in deinem ersten haus steht hier geht es um die themen selbstverwirklichung und durchsetzung wenn die sonne im ersten haus steht sollst du auf deine eigenen fähigkeiten zurückgreifen es ist an der zeit sich auf sich selbst und die eigenen bedürfnisse zu besinnen du könntest gezwungen sein dich auf dich selbst zu verlassen um dinge zu erledigen dies ist eine zeit der selbstverbesserung die darauf ausgerichtet ist fähigkeiten zu erwerben die zu mehr selbstvertrauen führen am 8 dezember haben wir dann einen vollmond im zwilling und zusammen mit mars passiert dieser vollmond in deinem siebten haus dieser vollmond findet im bereich partnerschaft und beziehungen statt es kommt etwas ans licht was gesehen werden möchte gibt es etwas in deiner partnerschaft zu verändern und wenn du single bist möchtest du jetzt vielleicht auf partnersuche gehen oder entscheidest du dich doch dafür allein zu bleiben fragen wie diese beschäftigen dich auf jeden fall jetzt und ich bin sicher du wirst auch eine antwort darauf finden pass aber auf dass du nicht zu impulsiv bist denn mit mars in konjunktion zum vollmond neigst du zu unüberlegten handlungen oder auch zu unüberlegten worten aber du hast auch mit der mars energie die macht deine beziehungen zu verändern nutze diese energie um dich bei anderen menschen durchzusetzen aber ohne dabei aggressiv zu sein merkur wechselt am 7 dezember in den steinbock in dein zweites haus und auch venus wechselt am 10 dezember in den steinbock in dein zweites haus dort wartet schon pluto und pluto fragt wie kann ich eine tiefere bedeutung in meine werte vorstellungen bringen und wie ist meine beziehung zu geld dabei geht es darum wie du dein geld ausgibst und wofür du es benutzt mit venus hier ist es im moment leichter als sonst geld zu verdienen aber auch leichter geld auszugeben auch geht es darum welche talente und gaben du hast und was dir wertvoll ist in dieser zeit kannst du herausfinden welche werte dir wirklich wichtig sind und dann wechselt die sonne auch in den steinbock in den steinbock am 22 dezember und auch in dein zweites haus du strebst jetzt nach sicherheit und stabilität und grenzt dich von unnötigen es ist auch möglich dass du jetzt prioritäten setzt wie du dein geld verwaltest wo du investierst und wo du noch sparen könntest und außerdem kannst du jetzt einen starken selbst ausdruck entwickeln indem du all deine gaben und talente in die sichtbarkeit bringst du erkennst deinen eigenen wert und wirst zu einer starken persönlichkeit dann am 21 dezember geht jupiter wieder in den bitter in dein fünftes haus und bleibt bis zum mai 2023 dort ein feuerplanet im feuerzeichen bringt immer viel optimismus und tatkraft mit dieser stellung kannst du deinen selbst ausdruck erweitern und deine persönlichkeit mehr zum vorschein bringen es ist auch möglich dass du vielleicht eine liebesbeziehung beginnst oder schon drinsteckst auch diese beziehung wird ihr persönliches wachstum bringen selbst wenn es nichts dauerhaftes ist und wenn du kinder hast werden sie mehr freiheiten einfordern um zu wachsen und auch um sich natürlich weiter zu entwickeln und du solltest ihnen diese freiheit auch zugestehen um ihr selbstvertrauen zu fördern am 23 dezember haben wir einen neumond im steinbock bei dir auch im zweiten haus dein zweites haus ist nun voll besetzt mit dem planeten merkur venus pluto sonne plus dem neumond am 23 dezember ein neumond steht dir auch immer für einen neuen beginn wie schon erwähnt verändert sich deine einstellung zum geld also halte auch ausschau nach neuen möglichkeiten geld zu verdienen und frage dich wie du deine talente einsetzen kannst um deinen eigenen wert zu erkennen und dich dafür auch besser belohnen zu lassen alles ist möglich mit so vielen planeten im zweiten haus ja und dann ist auch schon weihnachten und am heiligen abend und am ersten weihnachtsfeiertag haben wir einen steinbock mond damit wird es ein sehr bodenständiges fest wo man füreinander verantwortung übernimmt genießt einfach die schöne zeit mit euren liebsten und zu guter letzt am 29 dezember wird merkur rückläufig und bleibt es auch noch bis zum 19 januar in dieser zeit richtet sich deine aufmerksamkeit eher nach innen du denkst viel über die vergangenheit nach und lässt noch einmal alles was dir im letzten jahr wichtig war revue passieren wenn möglich schließe in dieser zeit keine verträge ab denn die kommunikation fließt nicht so gut und es können fehler bei vertragsabschlüssen passieren und ich würde auch vorschlagen warte mit wichtigen entscheidungen bis ende januar ja das war es das war deine vorschau für den monat dezember mit so vielen planeten im zweiten haus hast du jetzt die möglichkeit deinem leben eine neue richtung im bereich werte und talente zu geben alles gute dir lieber schütze ich wünsche dir eine wunderbare weihnachtszeit alles liebe noch mal hallo ihr lieben steinböcke alles liebe zum gebotsag für die steinböcke die ende dezember gebotsag haben der monat dezember bringt bei dir veränderungen im bereich der selbstverwirklichung und der durchsetzung aber erst einmal ist die sonne bis zum 22 dezember in deinem zwölften haus im schützen hier geht es um den bereich der träume des rückzugs und denn unterbewusstsein wenn die sonne im zwölften haus steht arbeitest du sehr viel hinter den kulissen oder sogar an einem geheimen projekt du möchtest niemandem zeigen woran du arbeitest bevor es nicht fertig ist wichtig ist dass du deine dinge gut sortierst denn du neigst jetzt dazu ein wenig chaotisch zu sein außerdem möchtest du jetzt gern allein sein weil du dich mit deinem unterbewusstsein beschäftigen möchtest hier hilft dir meditation sehr du bist jetzt auch mitfühlender und sensibler in dieser zeit deshalb sorge gut für dich und lass dich nicht und anderen ausnutzen du bist nämlich jetzt sehr gutmütig was schön ist aber es gibt eben auch menschen die dies vielleicht ausnutzen wollen dann haben wir am 8 dezember einen vollmond im zwilling zusammen mit mars in deinem sechsten haus der vollmond hat die eigenschaft etwas ans licht zu bringen und im sechsten haus hat dies mit arbeit und der gesundheit zu tun im alltag oder auch auf arbeit hast du jetzt das bedürfnis etwas zu verändern was schon länger in deinen gedanken war jetzt ist die zeit da um dies in angriff zu nehmen auch gesundheitlich kannst du nun verändern was eigentlich schon lange was du eigentlich schon lange weißt dass es verändert werden sollte zum beispiel die ernährung oder dass du dich mehr bewegst dass du weniger stress hast oder dass du einfach mal eine auszeit brauchst pass aber auf dass du nicht zu impulsiv bist denn mit mars in konjunktion zum vollmond neigst du zu unüberlegten handlungen oder auch zu unüberlegten worten aber du hast jetzt auch mit dieser mars energie die macht selbstständig und unabhängig zu arbeiten nutze diese energie um projekte zu verwirklichen dann wechselt merko am 7 dezember in den steinbock und in dein erstes haus und auch venus wechselt am 10 dezember auch in dein erstes haus und dort wartet schon pluto pluto fragt wie kann ich eine tiefere bedeutung in mein eigenes ich bekommen die frage ist wer bin ich eigentlich du denkst wahrscheinlich viel über dich selbst nach zum beispiel darüber wie du dein leben verbessern kannst wie du mehr selbstbewusstsein bekommst oder auch wie du auf andere wirkst dein verstand ist jetzt auch sehr aktiv und in gesprächen bist du vielleicht manchmal etwas zu impulsiv pass auf dass du da andere nicht vor den kopf stößt es ist jetzt auch an der zeit dass du dich auf dich selbst und deine eigenen bedürfnisse besinnt dies ist eine zeit der selbstverbesserung die darauf ausgerichtet ist fähigkeiten zu erwerben die zu mehr selbstvertrauen führen dann wechselt auch die sonne in den steinbock am 22 dezember und auch in dein erstes haus wenn die sonne dann im ersten haus steht solltest du auf deine eigenen fähigkeiten zurückgreifen wie eben schon gesagt du könntest zum beispiel gezwungen sein dich auf dich selbst zu verlassen um dinge zu erledigen wo du vielleicht vorher immer hilfe hattest am 21 dezember geht jupiter wieder in den widder in dein viertes haus er bleibt dort noch bis mai nächsten jahres ein feuerplanet im feuerzeichen bringt immer viel optimismus und tatkraft dies ist eine gute zeit dein zuhause zu verschönern und mit jupiter wirst du auch keine kosten scheuen damit es dann auch wirklich traum hat traumhaft aussieht dein bedürfnis nach frieden und sicherheit in deinem zuhause ist jetzt groß und du tust alles dafür damit sich alle willkommen und geborgen fühlen dann haben wir am 23 dezember einen neumund auch im steinbock und auch in deinem ersten haus und dein erstes haus ist nun voll besetzt mit dem planeten merkur venus pluto sonne plus dem vollmund am 23 dezember und ein neumund steht ja immer für einen neubeginn du hast jetzt die power dich zu zeigen und ganz neue wege zu gehen mit dem neumund im ersten haus bist du sehr beliebt und kannst jetzt so manches wagen was du dir vorher nicht zugetraut hast zeige dich und setze durch was du dir vorgenommen hast hier kann ein startpunkt zu einer großen transformation gesetzt werden denn dieser neumund findet in deinem eigenen zeichen statt alles ist möglich mit so vielen planeten im ersten haus ja und dann ist ja auch schon weihnachten am heiligen abend und am ersten weihnachtsfeiertag haben wir einen steinbock mond damit wird es ein bodenständiges fest wo man füreinander verantwortung übernimmt genießt die zeit mit euren liebsten ja und zu guter letzt wird merkur am 29 dezember rückläufig und bleibt es bis zum 19 januar in dieser zeit richtet sich deine aufmerksamkeit eher nach innen du denkst viel über die vergangenheit nach und lässt noch einmal alles was dir im letzten jahr wichtig war revue passieren wenn möglich schließe in dieser zeit eine neuen verträge ab denn die kommunikation fließt nicht so gut und es können fehler bei den vertragsabschlüssen passieren und warte auch mit wichtigen entscheidungen am besten bis ende januar ja das war's das war deine vorschau für den monat dezember mit so vielen planeten im ersten haus hast du jetzt die möglichkeit deinem leben eine neue richtung im bereich durchsetzung und selbstverwirklichung zu geben alles gute dir lieber steinbock ich wünsche dir eine wunderbare weihnachtszeit alles liebe noch mal hallo ihr leben wassermänner der monat dezember bringt veränderungen im bereich des unterbewusstseins der spiritualität und des rückzugs aber erstmal ist die sonne bis zum 22 dezember im schützen in deinem elften haus hier geht es um die themen freiheit unabhängigkeit und freundschaften in diesem monat ist freiheit ein großes bedürfnis für dich du möchtest dich nicht so gerne an regeln und normen halten dein haupt anliegen ist es jetzt und die unnötige beschränkungen abzubauen um veränderungen zulassen zu können und auch das thema freundschaft ist jetzt sehr wichtig für dich du hast jetzt zum beispiel das bedürfnis dich mit deinen freunden oder auch mit gruppen denen du angehörst zu verbinden und gespräche über zukunftsziele zu führen dabei kann eine tiefere verbindung entstehen und eure ziele werden konkreter dann haben wir am 8 dezember einen vollmond im zwilling zusammen mit mars in deinem fünften haus dieser vollmond möchte deine kreativität ans licht bringen du könntest dich jetzt auf ein talent welches du vielleicht nicht ausgelebt hast besinnen zeige deine schöpferkraft und beginne ein neues hobby oder lass ein altes hobby wieder aufleben pass aber auf dass du nicht zu impulsiv bist denn mit mars in konjunktion zum vollmond neigst du zu unüberlegten handlungen oder auch zu unüberlegten worten aber du hast auch mit dieser mars energie die macht das durchzusetzen was du dir vorgenommen hast nutze diese energie deine kreativität voll und ganz auszuleben und auch merkur wechselt am 7 dezember in den steinbock in dein zwölftes haus und venus wechselt am 10 dezember in steinbock in dein zwölftes haus und dort wartet pluto schon und pluto fragt wie kann ich eine tiefere bedeutung in meiner spirituelle entwicklung bringen es ist eine gute zeit um nachdenklich zu sein meditation oder spirituelle studien können dich jetzt zu einem größeren verständnis des universums bringen du bist jetzt auch mitfühlender und sensibler in dieser zeit deshalb sorge gut für dich und lass dich nicht von anderen ausnutzen denn du bist nämlich sehr gutmütig in diesem in dieser zeit was ja schön ist aber es gibt menschen die das vielleicht ausnutzen wollen dann wechselt die sonne in den steinbock am 22 12 und das passiert in deinem zwölften haus auch im zwölften haus das heißt jetzt arbeitest du eher hinter den kulissen oder an einem geheimen projekt jedenfalls möchtest du niemandem etwas zeigen woran du arbeitest bevor es nicht fertig ist wichtig ist dass du die dinge gut sortiert denn du neigst jetzt ein wenig dazu chaotisch zu sein außerdem möchtest du jetzt auch gern allein sein weil du dich mit deinem unterbewusstsein beschäftigen möchtest hier hilft der meditation sehr am 21 dezember geht jupiter wieder in den widder in dein drittes haus und bleibt dort bis mai nächsten jahres ein feuerplanet in einem feuerzeichen bringt immer viel optimismus und tatkraft und mit jupiter im dritten haus ist dein verstand sehr aktiv und du schmiedest vielleicht pläne für die zukunft du bist zuversichtlich und schaust optimistisch in die kommende zeit es ist auch möglich dass ein bestimmtes projekt deine ganze aufmerksamkeit einfordert konzentration auf das wesentliche ist hier angesagt denn du neigst jetzt dazu so viel zu machen und dich dann vielleicht zu verzetteln und am 23 dezember haben wir einen neuen neumond auch im steinbock in deinem zwölften haus dein zwölftes haus ist nun voll besetzt mit den planeten merkur venus pluto sonne und diesen neumond am 23 dezember ein neumond steht ja immer für einen neubeginn und im zwölften haus steht bei dir alles auf neustart im bereich spiritualität du bist jetzt offen für mystik und alles was nicht greifbar ist du könntest die kunst der astrologie erlernen zum beispiel oder andere praktiken die dich interessieren sei einfach offen für dinge die man nicht so richtig erklären kann alles ist möglich mit so vielen planeten im zwölften haus ja und dann ist ja auch schon weihnachten und am heiligen abend und am ersten weihnachtsfeiertag haben wir einen steinbock mond damit wird es ein bodenständiges fest wo man füreinander verantwortung übernimmt genießt diese zeit mit deinen liebsten zu guter letzt haben haben wir am 29 12 den fall dass merkur rückläufig wird und das bis zum 19 januar auch bleibt in dieser zeit richtet sich deine aufmerksamkeit eher nach innen du denkst viel über die vergangenheit nach und lässt noch mal alles was dir im letzten jahr wichtig war revue passieren wenn möglich schließe in dieser zeit keine neuen verträge ab denn die kommunikation fließt nicht so gut und es können fehler bei vertragsabschlüssen passieren warte auch mit wichtigen entscheidungen bis ende januar ja das war es das war deine vorschau für den monat dezember mit so vielen planeten im zwölften haus hast du jetzt die möglichkeit deinem leben eine neue richtung im bereich der spiritualität zu geben alles gute dir lieber wassermann ich wünsche dir eine wunderbare weihnachtszeit alles liebe noch mal hallo ihr lieben fische der monat dezember bringt veränderungen im bereich freiheit freundschaften und unabhängigkeit aber erst mal schauen wir in dein zehntes haus denn dort steht die sonne bis zum 22 dezember bei dir hier geht es um die themen beruf und berufung deine gesellschaftliche stellung und auch dein schicksal du strebst jetzt nach anerkennung welche du auch erhältst wenn du etwas geleistet hast also beruflich könntest du jetzt befördert werden und so zu einer autorität heranwachsen wenn du gute arbeit geleistet hast wird diese auch belohnt auch wenn du selbstständig bist wirst du nun anerkennung erhalten und deinem lebensziel ein stückchen näher kommen du gewinnst wahrscheinlich an popularität und ziehst somit mehr kunden an ja und dann haben wir am 8 dezember vollmond im zwilling zusammen mit mars und das alles in deinem vierten haus der vollmond möchte etwas ans licht bringen und bei dir geht es da um die themen familie dein zuhause deine wurzeln und deine seele es ist jetzt möglich dass du dein zuhause umgestaltest so dass du dich dort heimischer fühlst und du bist nun auch auf alles fokussiert was mit der familie zu tun hat die beziehungen zu familien angehörigen werden nun neu bewertet dabei kann es natürlich auch mal zu meinungsverschiedenheiten kommen zum beispiel darüber wer welche aufgaben im haushalt übernimmt kooperation ist hier von beiden seiten empfehlenswert um zu einem harmonischen miteinander zu kommen pass aber auf dass du nicht so impulsiv bist denn mit mars in konjunktion zum vollmond neigst du zu unüberlegten handlungen oder auch zu unüberlegten worten aber du hast jetzt auch mit dieser mars energie die macht viel innerhalb deines zuhauses oder der familie zu verändern nutze diese energie um dich zu hause durchzusetzen aber ohne aggressiv zu sein dann wechselt merko am 7 dezember in den steinbock in dein elftes haus und auch venus wechselt am 10 dezember in den steinbock in dein elftes haus und dort wartet Pluto schon Pluto fragt wie kann ich eine tiefere bedeutung in meine freundschaften bringen die kommunikation unter freunden oder gruppen denen du angehörst kann jetzt sehr wichtig für dich sein und auch für deine zukunft du hast jetzt das bedürfnis ich mit deinen freunden oder auch gruppen denen du angehörst zu verbinden und gespräche über zukunftsziele zu führen dabei kann eine tiefere verbindung entstehen und eure ziele werden dann auch konkreter dann wechselt die sonne in den steinbock und zwar am 22 dezember und das auch in dein elftes haus freiheit ist ein großes bedürfnis für dich du möchtest dich jetzt nicht so gerne an regeln und normen halten dein hauptanliegen ist es jetzt unnötige beschränkungen abzubauen um veränderungen zulassen zu können ja und dann am 21 dezember geht jupiter wieder in den widder und zwar in dein zweites haus und er bleibt dort bis mai 2023 ein feuerplanet in feuerzeichen bringt immer viel optimismus und tatkraft und mit dieser jupiterstellung sollte es dir finanziell gut gehen aber wenn nicht hast du jetzt die möglichkeit deine situation zu verbessern deine arbeitsleistung wird gut belohnt und du könntest nach einer gehaltserhöhung fragen außerdem hast du in dieser zeit ein gutes selbstwertgefühl und bist dir bewusst was du wert bist und am 23 dezember haben wir einen neumond auch im steinbock und auch im elften haus dein elftes haus ist nun voll besetzt mit den planeten merkur venus pluto sonne plus diesem neumond am 23 dezember ein neumond steht ja immer für einen neubeginn und im elften haus steht bei dir alles auf neustart im bereich freiheit und unabhängigkeit und wie schon gesagt sind freundschaften jetzt auch sehr wichtig wenn du einen traum oder ein ziel hast ob das du hinarbeitest wirst du nun ein großes stück weiter kommen gute freunde werden dir dabei behilflich sein du kannst jetzt auf sie bauen und dein projekt in richtung zukunft lenken alles ist möglich mit so vielen planeten im elften haus ja und dann ist auch schon weihnachten am heiligen abend und am ersten weihnachtsfeiertag haben wir einen steinbock mond damit wird es ein bodenständiges fest wo man füreinander verantwortung übernimmt genießt diese zeit mit euren lieben gut und dann zu guter letzt wird merkur am 29 dezember rückläufig und er bleibt es bis zum 19 januar in dieser zeit richtet sich deine aufmerksamkeit eher nach innen du denkst viel über die vergangenheit nach und lässt noch einmal alles was dir im letzten jahr wichtig war revue passieren wenn möglich schließe in dieser zeit keine neuen verträge ab denn die kommunikation fließt nicht so gut und es können fehler bei den vertragsabschlüssen passieren warte auch mit wichtigen entscheidungen am besten bis ende januar ja das war es das war deine vorschau für den monat dezember mit so vielen planeten im elften haus hast du jetzt die möglichkeit deinem leben eine neue richtung im bereich freundschaften und freiheit zu geben alles gute die dir lieber fisch ich wünsche dir eine wunderbare weihnachtszeit alles liebe noch mal ich danke dir fürs zuhören und ich würde mich sehr über ein like freuen abonniere auch meinen kanal und aktiviere die glocke damit du kein video mehr verpasst alles liebe deine yvonne ich würde mich sehr über sagen